In der Erlebnisgaststätte zum Landsknecht in Krauschwitz dreht man am Rad der Geschichte. Täglich wird hier das Jahr 1552 geschrieben. Ob Herrschaft oder Bauernvolk, alle feiern hier ihre Lage bis in die Morgenstunden. Gar wunderlich muten die Sitten und Gebräuche aus längst vergangener Zeit dem Gast an. Empfangen wird man vom Burgfolk persönlich. Mägde Tafeln Obst, Brotlaibe, Gesottenes von Sau und Federvieh, sowie Tonkrüge voll Wein und Bier auf. Während des Gelages bei Katzenschein werden Diebe gefasst und bestraft, Musikantenvolk spielt zum Tanz auf, eine Wahrsagerin liest aus der Hand, während Querulanten auf das Böseste bestraft werden. Wer einen solchen altertümlichen Abend als Gruppenfamilien- oder Firmenfeier erleben will, kann das Mittelalterspektakel in der Gaststätte zum Landsknecht zu Krauschwitz buchen. Doch Achtung, es ist ein feierwütiges Volk ab 18 Personen mitzubringen. Es war einmal, doch nicht im Landsknecht. Da wird noch immer ausgiebig gefeiert. Musik Musik Musik